guten morgen schweiz guten morgen welt ich bitte erika arnold sängerin musikerin die um mich können nicht wissen normalerweise gehe ich von 0 auf 100 und ich bin von 100 auf 0 so wie ihr mich jetzt gesehen habt ihr mich noch nie gesehen ich bin einfach im bett kann nicht schlafen natürlich weil ich ein nachtbündig bin weil ich in der nacht auf der bühne stehe noch strahlen und ja ich habe kein job mehr nichts alles alles heute Abend am 7. März hatte ich einen Auftritt vom Niesenberg am Donstag am 19. März hatte ich einen Auftritt im Stadtkeller Luzern am Freitag und Samstag an dem Wochenende hatte ich einen Auftritt in Arosa das ist mein Job von dem werbe ich mit dem verdiene ich mein Geld singen kann ich zwar noch aber ich darf nie mehr es ist alles zu und ich habe einfach jetzt ich habe einfach keinen Lohn mehr ich habe absolut tot ja ich kann natürlich jetzt im bett sitzen und ein wenig prüfen oder weiss ich was aber nein das macht erika nicht ich habe mir überlegt wie komme ich zu dem raus ich habe gedacht ich poste jeden tag ein oder zwei songs du das anschreiben ein song ein stotz und die wo das loset freiwillig natürlich los könnte mir dann freiwillig auch ein stotz geben pro song wenn das 50 Leute pro tag los sind habe ich 50 franken am tag mal 7 gibt 350 stotz auf die woche nur gerechnet geht da 1400 äh auf einen Monat wollte ich natürlich sagen mit dem kann ich zwar meine Rechnungen nicht zahlen aber es hilft bestimmt ja wir müssen nicht denken was kann die Schweiz für uns tun denken wir was können wir für die Schweiz tun also müssen wir doch einander helfen im im gegensatz dazu wenn ihr mir helfen bin ich auch bereit in anderen zu helfen zum beispiel da in unserem dorf familien fäbten müttern wo noch einen job haben wo können 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 aber vielleicht können sie nicht weil sie Kinder haben wo sie mir betreuen ja dann könnte ich ja vielleicht ein Kind zu mir kommen ich weiss nicht ob ich das darf aber ich wäre bereit auch etwas zu machen ich gehe auch für ältere leute gehen posten und würde das vor der türe stellen ich bin sehr gerne bereit etwas zu machen ich wäre einfach froh wenn ihr mir helfen ich beginne zu posten und es würde mir freuen wenn ihr mir helfen weil ich kann nicht irgendwie auf ein Amt gehen und sagen ja ihr müsst mir jetzt irgendwie Geld geben ich habe zwar um Raff heute angerufen und die haben gesagt ja sie müssen sich bewerben was können sie ausser singen ja gut ich habe die Wetterprüfung ja und ich bin ihr beide aufgewachsen ich weiss wie das bisschen so ungefähr läuft aber es haben alle beide zu also was soll ich darum poste ich das jetzt einfach so leberen frisch aus dem Bett und sagen hey people stand together jetzt müssen wir einfach zusammen stehen wir müssen einander helfen helfen helfe dir mehr ich helfe euch schaue zueinander und übrigens es gibt in der Migros im Coop im Denner im Aldi im Lidl im Ottos im Müller das weiss der Gucker was es alles gibt kann man kein Hamster kaufen ihr müsst nicht hamstern Bundesrat hat es auch gesagt wir werden vorläufig nicht sterben also tut nicht hamstern tut einander schauen und äh ich poste ich freue mich wenn ihr zuhört ich muss mir jetzt noch überlegen wie ich das technisch löse ich kann es ja nicht aus dem Bett raus posten mal ich könnte natürlich schon oh lord won't you buy me hey mercedes bands und so weiter und so fort ihr werdet es hören hey ich wünsche euch ganz einen schönen Tag trotzdem haltet sie zusammen haltet die Ohren steif einen lieben Gruß von der Erika Arnold direkt aus dem Bett gehört die Vögelin zwitschgern für die geht das Leben weiter für uns auch tschüss zusammen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.